NovoTergum ist ein Anbieter innerhalb der Physiotherapie. NovoTergum bietet den Patienten, die zu uns kommen, neben den klassischen Heilmitteln, die sie aus anderen Praxen auch kennen, vor allen Dingen den Bereich chronischer Rückenschmerz. Sprich, sie können damit rechnen, hier professionell den Bereich chronischer Rückenschmerz therapiert zu bekommen. NovoTergum bietet den Lindauern ein Physiotherapiezentrum mit dem Schwerpunkt auf dem im Geräte gestützten Physiotherapiebereich. Wir haben ein hochprofessionelles Team, was diese Geräte natürlich entsprechend effektiv bedienen kann und die Patienten können hier jeden Tag Ansprechpartner finden, die ihnen bei ihrem Rückenschmerz zur Seite stehen. Die Initiative vom Dr. Keynes ins Leben gerufen richtet sich meiner Meinung nach an Menschen, die gerne wieder zu ihrer Bewegungsfreude zurückfinden möchten. Wir haben hier im Bereich der Physiotherapie jeden Tag mit Menschen zu tun, die durch eine Verletzung oder durch Krankheit bedingt ihre Freude an der Bewegung verloren haben. Und wir möchten gerne diesen Menschen wieder eine Hilfestellung bieten, um, ja, ich wiederhole mich jetzt, aber um die Freude an der Bewegung wieder zu finden. ber. Niike KonsAS Niike 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 A